Florian Wess will Dschungelkönig werden? Florian wer? Genau diese Frage stellen sich jetzt sicherlich viele. Florian Wess machte in der Vergangenheit vor allem durch sein skurriles Privatleben Schlagzeilen. Sein Vater Arnold Wess und sein Onkel Oskar Wess wurden als das schräge Duo Botox Boys bekannt. Florian teilte diese ganz spezielle Beauty-Leidenschaft und tingelte mit den beiden über die roten Teppiche. 2011 war er Kandidat in der 11. Staffel von Big Brother und turtelte im Container mit seiner TV-Liebe Valencia Vintage. Im Oktober 2011 heirateten die beiden und waren in der sechsteiligen Hochzeitsdoku Well und Flo in Love zu sehen. Es folgte die Blitzscheidung. Die Ehe wurde nach drei Monaten wieder geschieden. Danach versuchte Florian sein Glück mit dem 36 Jahre älteren Schauspieler Helmut Berger. Nachdem ein skandalöses Masturbationsvideo von Berger aufgetaucht war, kam es auch hier zur Trennung. Zuletzt ist er vor allem an der Seite von Camp-Kollegin Gina-Lisa Lohfink zu sehen. Die beiden covern als Duo Barbie und Ken Hits der 90er. Wer weiß, vielleicht trellern sie uns ja im Dschungel was vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017